ja liebe leute herz willkommen zurück zu let's play fack war schön dass ihr dabei seid heute wieder am starre back of gaming ja so wie man schon gerade gucken ob wir hier auch wo weitermachen können wenn man um es war das haben wir das alles gemacht hier oder nicht so wir müssen ja weitermachen hier und gucken uns das so keine info bekommen wie weit wir jetzt das hat sie schon erledigt klar dass immer der ein oder andere happelmann von denen vorbeikommt ist klar aber wir müssen mal gucken wie wir eh weiter mit der nächsten so die frage ist halt das haben wir ja schon gemacht heute mach vielleicht müssen wir ja hier wir müssen ja hier irgendwie weitermachen auch das könnte sein dass das hier dieser nächste punkt ist aber ich glaube das ist wade aus dem fangzentrum Ja, der soll uns jetzt was schönes. So, ich soll jetzt den Wegpunkt jetzt setzen. Ja, fahr ruhig deinen Weg weiter. Gehör zu dir, du Idiot, ich bin beim Widerstand. Ja, das war's, der kommt. Sekten-VIP eliminiert, sehr schön. So, warte mal, was ist denn da unten? Ist das der Segeweg immer noch? So, warte mal. So, warte mal, was ist denn da unten? Aha. Warte mal, laut Karte, was könnte das für ein Punkt sein? Ach, das ist das Segeweg, okay. Das ist... Das ist noch bei uns. Hör auf. Am besten zurück zur Straße. Was ist das? So. Das würde ich weitermachen können. Das ist mir gar nicht egal gewesen. Das ist mir frisch, dass wir direkt Leute da uns haben. Wir sollten mal schön wegschießen. Wir sollten mal schön wegschießen. Wir gehen mal ein bisschen Gas. Wir ziehen jetzt ein bisschen dran am Tempo. So. So, 800 Meter haben wir noch. Na ja, klar. So schnell wie möglich ist das Gebiet ja auch befreien irgendwann. Ach, das ist mal, ist es gut zu sagen. Der ist nicht wirklich jetzt zurückgeblieben, oder? Ich hoffe, dass er sich in der Auto genommen hat. Fangzentrum. F-A-N-G. Ja, sehr gut. Dann können wir nämlich jetzt weitermachen. Wir müssen uns nämlich jetzt ein bisschen... Ich werde im Namen des Vaters, also unter der Lieblingsgang trainieren, und ich werde töten, und ich werde aufzubringen. Ich bin unterwegs. Ich schaff das. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Los, los, los! Ah, da hab ich immer so angegriffen. Komm, 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 hol mich, bitte, 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 hol mich, bitte, bitte, hol mich. Ja, du bist auch noch getroffen worden, oder was? Na ja, zumindest müssen wir keinen Weg weiter im Weg laufen. Ja, du bist auch noch nie. Das ist nicht wahr, ne? Wie hat der mich denn... Hä? Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. 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 Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr, das ist wahr. Das ist wahr, das ist wahr. das besser gefühlt Die Welt ist schwach, weich. Wir haben vergessen, was es heißt, stark zu sein. Weißt du, früher waren unsere Helden Götter. Und jetzt sind unsere Helden nur gottlos, schwach, kraftlos, verseucht. Wir lassen die Schwachen, die Starken rumkommandieren und sind schockiert, dass wir vom rechten Weg ankommen. Aber die Geschichte kennt den Wert von Opfern. Vom Ausdüngen der Herde, damit sie stark bleiben. Wieder und wieder waren die Leben vieler wichtiger als die Leben weniger. So haben wir überlebt. Wir haben es vergessen. Und jetzt zahlen wir die Zeche dafür. Jetzt steht der Kollaps bevor. Und dieses Mal sind die Leben weniger wichtiger als die Leben vieler. Und wenn eine Nation, die niemals Hunger oder Verzweiflung gekannt hat, in den Wahnsinn abdriftet, sind wir bereit. Was zur Hölle war das, liebe Leute? Ich werde uns gefangen genommen zu haben. Der gute Jacob. Die Welt ist schwach. Story-Mission. Die Jane-Manier. Oh, vasht! Das ist das für eine Mission, ja? Das ist das für eine Mission. Das ist das für eine Mission. Ja. Das ist das für eine Mission. 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 Das für eine Mission. Das ist das für eine Mission. Das für eine Mission. Das ist 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 das für eine Mission.